Im Finale hau ich mir wieder einen Rhein-Becke-Rezerf-Pokal für diese Jungs. Vergiss es, dann müsst ihr erstmal um uns vorbei. 15 Spiele, 15 Mal Spannung, 15 Mal Action. Gleiches beim Finale am 12. August möchte jeder noch dabei sein. Und da ist das Ding. Zweimal haben wir schon geholt, jetzt holen wir das GZ-Pokal-Tribble. Das GZ-Pokal-Tribble.